und lilja jetzt ging ein rauschen durch die halle der salter vorwärts sie hat einen fast eigenen stil entwickelt mutig frech sehr schön für sie ist nicht einfach unmittelbar danach zu ihrem rhythmus zu finden bisher ging alles gut die olympiasiegerin sieht nach vielleicht vielleicht war es eine kleine spur unterschiedlich zur übung von shannon müller aber ich weiß nicht ob sie es gehört haben das publikum hat sofort bei einem wackeler gestöhnt das kann gericht auch ja darauf aufmerksam zu machen dass das nicht was ich stimmte ja es war hier bei dem salter vorwärts und nachher noch bei einer pürierte der sie ein bisschen korrigieren musste sehen sie die zehen sind auch getebt da kreilt man sich regelrecht in das holz rein der tschukahara abgang auch lydia potkopalwa legt da drauf die wertung wird vermutlich ein bisschen weniger sein 9,8 25 sind es auch für sie für die mehrkampf olympiasiegerin die